Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Na? Oh, war kurz unkonzentriert. Das kann passieren, ja. Das gibt's ja nicht. Was ist los? Ist was ausgefahren? Nein. Flieg doch mal ein bisschen nach rechts. Warum soll ich jetzt nach rechts fliegen? Herrgott, wenn ich dir sage, fliege nach rechts, dann tu das bitte. Daniel, ich bitte dich, dazu gibt es keine Veranlassung. Du, das ist er. Wer? Peter mit seiner neuen 737. Peter Klausen aus Hamburg? Ja. Das ist ja ein Ding. Den gucken wir uns mal an. Den gucken wir uns an. Mensch, das ist ein Flugzeug, was. Guck mal, wie der Vogel in der Luft liegt. Schickes Design. Ja. Aber ich sage dir, ja. Na ja. Bitte dich, Daniel, die haben's doch. Sie hat geerbt und der fliegt ja nur noch zum Spaß. Hallo. Hallo, Peter. Hallo. Ach, der sieht uns nicht. Hub doch mal. Was? Du sollst huppen. Ach so. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Hallo, Peter. Peter, Peter, hallo. Peter, wo soll's denn hingehen? Flieh, wo, wohin? Wo fliegst du hin? Warte, jetzt gibt er Zeit. Ja. Warte mal. H-E-G-I-V-Linkski. Nee, Helsinki. Das ist ja ein Zufall, Mensch. Ja, wir auch. Wir auch. Ja. Wer schneller da ist, was? Du, ich kann abkürzen. Links rüber. Hup. Das ist ja ein Zufall. Das ist ja ein Zufall.